Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Moncombat Domination. Wir machen ein Einzelspieler-Spiel, Karten-Ziel, Karte beliebig, 2.000 und Special Force will ich sein, seit 10 Minuten, als Charakterwechsel machen wir aus, starten. Also wir nehmen einfach mal das normale Waffen-Kit. So, gleich geht's los. Los, ich gehe, ich will den anderen Weg gehen. Hier durch. Wo sind eigentlich die Feinde hin? Feinde, Feinde, Feinde. Also, vor uns ist der Captain Bambi, oder wie der heißt. Verdammt, ich bin schon mal wieder gestorben. Normals Waffen-Kit. Nach vorne, hat sich Feinde tot. Hier kann man überall drauf springen. Das ist viel besser, als das auf dem iPod. Tot. Den haben wir auch erledigt. Yay. Sind hier noch welche Typen? Dazu? Nein, ich gebe nicht. Wie hat der mich getötet? Der LT nehme sie es. Das Spiel geht genau 10 Minuten, und da mache ich auch immer gerade ein Let's Play dazu. Ich verwirre mich hier irgendwie immer. Okay. Oh ja! wie hat er mich getötet ich gehe mal hier rum entschuldige dass ich wieder gestorben bin ich bin noch nicht so gut in diesem Spiel jetzt mache ich mal einen Pistolenfight den hatte ich wo Feind hier Feind haben bin ich nicht gut in diesem Game da gibt es noch ganz viele andere Maps und wir sind auch mit den Punkten im Vorsprung der ist tot den hatte ich noch vier Minuten dann und hat er eine geile Waffe so auch ich nehme wieder das normale Kit wir sind wir sind den Gegner immer noch um 1000 voraus mich tötet der nicht der hat mich getötet die sind alle so gemein zu mir noch 3000 oder watsch neben meine saugeile Waffe diese Waffe diese Waffe ist ziemlich schweineteuer aber sie gilt aber sie gilt der war ein bisschen hohl und ich sterbe eh gleich jetzt schaffe ich jetzt schaffe ich keinen Kiel mehr glaube ich doch habe ich dir noch einen geschafft sogar zwei sogar drei sogar vier der war unmöglich das ist immer LTE jetzt haben wir Schutzweste jetzt überleben wir länger wir müssen noch eine Minute überleben der Feind ist im Rückstand also kein Problem das war das war Feind also ich spiel das Spiel noch nicht so lange wir haben gewonnen also wir haben nur gewonnen weil wir 10.000 Punkte hatten und das war noch wie wir noch heute erst das hier embarke hier hier ist sehr